Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal ohne Intro. Das liegt daran, mir gefällt das alte Intro doch nicht so gut, weshalb ihr abstimmen dürft. Ich werde jetzt verschiedene Intros einblenden, die so in Frage kommen würden, die ich gemacht habe. Unten links in der Ecke steht dann immer eine Zahl. Also, ja genau, und dann sagt ihr halt, also schreibt ihr in die Kommentare die Zahl von dem Intro, was ihr am besten fandet, oder beziehungsweise welches Intro ihr am besten fandet. Wenn euch jetzt alle nicht so gut gefallen oder so, könnt ihr jetzt irgendwie zum Beispiel, ich will, also, oder ich finde am besten das Video von 5 und die Musik von 2 oder so, keine Ahnung, ja als Beispiel. und schreibt es in die Kommentare und viel Spaß! Outro